Hallo Leute, hier ist Yannis Lee und willkommen zu unserem neuen Let's Play Candy Crush Saga Soda. Oder wie ich es nenne, CSSS. Nein, so sag ich es nicht. Aber trotzdem, ihr wisst was ich meine. Starten wir gleich rein ins Level 1, das Tutorial Level. Und zwar mit dem Ziel, öffne die Flaschen. Gleich rein da. So, öffne die Flaschen. Ist das Ziel der ersten. So, öffne die Flaschen, damit die Limo steigt. Okay, da ist eine Flasche. So, damit die Limo steigt, dann machen wir das. Flaschen sind alle die, die eine andere Form haben, als die normalen Stückchen, die man aus den Candy Crush Saga spielen kennt. Und das ist der eine Unterschied zwischen den, ähm, zwischen den Spielen. Der andere Unterschied ist, dass die Steine von unten nach oben nachrutschen und nicht von oben nach unten. So, das Spiel ist gewonnen, wenn man, wenn das komplette Glas, also wenn die komplette Spielfläche lila bedeckt ist und sozusagen die ganzen Flaschen geöffnet wurden. Und das Glas bis zum Ende voll ist. Ja. Relativ einfach. Einfaches Konzept. Man kann sich eigentlich gar nicht beschweren. Ist einfach so, was man schon von Candy Crush gewohnt ist. Bloß etwas, äh, mit etwas neuem Touch. So. Gehen wir weiter. Wenn du da bist, scheint in der Candy Stadt immer wieder... Die Texte stehen da wirklich zu wenig, um es laut vorzulesen. So. Das nächste Ziel. Auch wieder öffne die Flaschen. Nichts anderes. Wir werden hier introduced, also, ähm, eingeleitet zu den geblockten Feldern, die man einmal zuvor, ähm, wo man einmal zuvor eine Kombination rüberlegen muss, bevor die sich selber, äh, bevor man die Steine in der, ähm, Formation benutzen kann. Auch das, äh, selbstverständlich. Nicht wirklich. Äh, kennt man auch schon aus, äh, Candy Crush Saga selber, falls man das gespielt hat. Jo. Wie gesagt, also, die, ähm, so, jetzt müssen wir acht Flaschen sammeln, okay. Das werde ich ja wohl hinbekommen, das, äh, wir sind bei der Hälfte, wir haben schon vier Flaschen. So. Ähm, die mit den Querstreifen, die Bonbons mit den Querstreifen, ähm, lassen einen Strahl, also einen senkrechten Strahl oder einen waagerechten Strahl los, wenn sie in einer, äh, in einer Formation, genau, wenn sie in einer Formation, genau, wenn sie in einer Formation aufgelöst wurden, geben sie, geben sie ganz einfach Streifen nach links und rechts frei. Ist ziemlich simpel, so kann man sie sogar, ähm, einem Viereck stapeln. Der Sinn von, äh, Candy Crush Saga ist wirklich einfach nur Spaß zu haben und was für unterwegs zu haben, also etwas zum Puzzlen für unterwegs zu haben. Ähm, relativ simpel, muss man wirklich sagen, ist, ähm, auf jeden Fall für die allgemeine Menge gemacht und nicht für so Hardcore-Spieler oder für Spieler, die wirklich was, ähm, die wirklich was, also die wirklich langes Gameplay brauchen und richtig schwierige Sachen brauchen, um, äh, Spaß zu haben. Das ist einfach nur sowas, was man zwischendurch mal machen kann und Spaß daran haben, Mann. So, Level 2 geschafft, mit 32, 780 Punkten. So, gehen wir ins Level 3 und noch nichts anderes freigeschaltet, noch nichts Neues. Die, das Level 3 ist immer noch, öffne die Flaschen, sehr gut. So, dann öffnen wir mal die Flaschen. Kombiniere vier Bonbons in einem Quadrat für einen Fisch. Fische, ähm, wird man gleich sehen. Fische sind, äh, auch, äh, Teile einer Kombination, wenn man sie aktiviert, ähm, entfernen sie einzelne Teile des Spielfelds, wie man das gerade eben gesehen hat. So, da oben können wir noch ein Quadrat bilden und noch ein Kästchen kommt, äh, und noch ein Fisch kommt runter. Ja. Relativ simpel alles. Ist halt immer noch ein, äh, ein Spiel, was, was wirklich die ganze Familie spielen kann. Keine Altersbeschränkung, gar nichts. Und ja. Die nette Funktion mit dem Soda ist, dass, wenn der Wasserspiegel ansteigt, steigen auch die Süßigkeiten weiter hoch. Das heißt, man hat wirklich, äh, relativ viele Neuerungen, dafür, dass es einfach nur, äh, dafür, dass viele einfach nur dachten, dass es einfach nur eine Neuauflegung vom alten Candy Crush ist, gibt es doch schon viele Neuerungen. Also, dann versuchen wir das jetzt mal zu lösen, wir haben nämlich nur noch 10 Züge, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Bis jetzt noch nicht, mal gucken, da sind schon wieder zwei Flaschen, sehr gut. So, wo sind noch Flaschen? Hier ist noch eine Flasche, ganz einfach, nicht wirklich schwierig. Und dann gucken wir mal. Und da ist auch schon das Level geschafft. Ganz einfach, nicht schwierig. Wir sind aber auch erst bei den ersten Leveln. So. In diesem ersten Part werden wir wahrscheinlich erstmal bis zur Ebene 5 spielen und immer in 5 Leveln weitermachen. Ich werde dieses Let's Play, äh, kostenlos halten, also ohne Leben kaufen, ohne irgendwas anderes kaufen, ohne Lollipop-Hammer oder sowas zu kaufen. Einfach nur das benutzen, was im Spiel gibt, was im Spiel gibt. Mein Name ist natürlich Janis Lee, wie immer, wie überall ist es auch Janis Lee. So. Weiter geht's. Ziel immer noch, öffne die Flaschen. Nichts weltbewegendes. Nichts groß weltbewegendes. Ja. So, wir werden, hier oben sehe ich schon, äh, war ein großes Candy. Also ein, was aus einer 5er oder höher Kette zusammengebaut wird. Und das, äh, kliert, also das, äh, löscht alles aus einer Farbe. Ich hab's mit Blau kombiniert, deshalb wurde, wurden alle blauen Spielteile, Steine entfernt. So. Da ist ne Flasche, nehmen wir die Flasche. Du Flasche, nehmen wir die Flasche. Ha. Nicht meine Damen und Herren, so läuft das hier. Wir sind witziger als wetten das. Und noch ne andere Sendung, die abgesetzt wurde, zusammen, weil's sie nicht mehr gibt. Ha. Mann, sind wir heute wieder witzig. Aber egal. Ich schweife vom Thema ab. Wir spielen immer noch Candy Crush Saga Soda. Und kriegen bis jetzt nichts gebacken. Wir haben erst 6 Flaschen. Das ist durchschnittlich. Also ist nicht wirklich gut, dafür, dass wir so weit im Spiel sind. Und ja, ich seh, hier unten ist schon wieder eine Flasche gekommen. So, versuchen wir, die kriegen wir auch wieder weg. So, eine Flasche fehlt uns noch. Mal gucken. So, wir haben die letzte Flasche bekommen und wir haben sogar noch ein buntes Bonbon, ein großes Bonbon übrig, das jetzt auch im Soda Rush zerstört wird. Und wir noch ein paar Punkte dafür bekommen, dass wir die 2-Sterne-Marke locker überschreiten sollten und 3 Sterne hinbekommen sollten. Genau. Sehr gut. Und 3 Sterne auch hier gesichert. Nichts ohne Probleme. 35.500 Punkte. Sehr gut. So. Level 5. Öffne die Flaschen. Immer noch dasselbe Ziel wie bei den anderen Leveln. Und ja. So. Wir haben diesmal mehr verschlossene Teile. Aber, so, versuchen wir das erstmal. So. Sehr gut. Dann holen wir das noch hier. Und alle werden zu grün und das meiste löst sich auf. So. Jetzt haben wir zwei gelbe Flaschen noch eingesperrt. Genau. Zwei gelbe, zwei rote und eine grüne Flasche noch eingesperrt. Deshalb werde ich das erstmal auf gelb einsetzen. So, dass die erstmal freigesetzt werden. Dass die beiden gelben Flaschen erstmal freigesetzt werden. Und ja. Und so weiter und so fort. Man sollte das Spielprinzip so langsam erraten haben. Denn, wenn man das Spiel spielt, wenn man das erste Mal das Spiel aufmacht, dürfte es wirklich keine Probleme geben. Auch für den Anfänger von Puzzlespielen im Allgemeinen gibt es trotzdem keine Probleme. Sollte es nicht. Ihr könnt das auch eurer Großmutter geben und die sollte das auch noch schaffen können, das zu spielen. Also, es ist relativ einfach. Sagen wir es so. Ich sehe gerade wenig Flaschen. Aber, das sollte kein Problem sein. Wir haben immer noch 23 Züge übrig. Da sehe ich eine Kombination. Wir haben vier von acht Flaschen. Ist okay. Wir haben ja immer noch genug Zeit, das zu schaffen. Ähm, ja. Jetzt muss ich es langsam mal eben überlegen. So, da ist wieder eine Flasche. Jo. So. Sieben von acht haben wir denn schon geschafft. So, dann gucken wir mal. Hier ist noch eine lila Flasche. Die sollten wir jetzt auch bekommen. Und damit ist das Level auch schon wieder beendet. Falls man hier Probleme haben sollte, sollte man das einfach wirklich nur probieren, das wieder zu schaffen. Ähm, einfach wieder und wieder probieren. Bis es dann endlich mal klappt. Leben haben, äh, Leben regenerieren sich nach der Zeit wieder. Also, so schlimm wird das auch nicht sein. Ja. Da haben wir Level 5 auch geschafft mit 60.340 Punkten. Wir gehen weiter. Und warum haben Tifa-Briefe auf einmal aufgehört? Wo ist sie? Wir sind Tifa und wir sind in der nächsten Ebene. Aber, das, was jetzt in der nächsten Ebene passiert, das seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Und, falls ihr mir helfen wollt, klickt einfach in die Videobeschreibung. Da ist ein G2A-Link. Falls ihr billig Computerspiele oder was anderes für euren PC braucht. Also, es gibt Skype, äh, Skype Premium-Mitgliedschaften. Es gibt Xbox Live-Karten. Alles, was ein Gamer jetzt benötigt. Einfach draufklicken, über den Link was kaufen. Und ich kriege, ich kriege was davon. Und ihr habt was davon. Ihr habt billige Spiele. Ich kriege eine Provision. Und alle sind glücklich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.